Hallo alle zusammen, ich habe ja kurz darüber gesprochen, dass der Harz mittlerweile viele Attraktionen gegeben hat. Also nicht nur sportliche Natur, sondern insbesondere auch für Familie und eben auch für Kinder. Und an einem dieser absoluten Hotspots im Harz bin ich jetzt gerade hier, an der seienhaften Hengelbrücke, die längste Hengelbrücke der Welt. Informationen dazu unter diesem Video, es lohnt sich auf jeden Fall und nachfolgt einige Impressionen von dieser Überquerung, wie wir jetzt nicht im Flug, dafür sind die Kinder noch etwas zu klein und ich wahrscheinlich auch etwas zu ängstlich, sondern den Weg haben wir über die Hengelbrücke genommen. Aber das ist auch schon spannend für sich. Ja, viel Spaß, schaut euch das an und vielleicht können wir euch dann auch bald hier bei uns im Harz begrüßen. Danke! Soja, jetzt geht's! Soja, jetzt geht's! Soja, jetzt geht's! Soja, jetzt geht's! Bis zum nächsten Mal.